Grüß euch, meine Lieben! Neben einem österreichischen Motorrad darf ich so geschert anfangen. Herzlich willkommen zu unserem großen Reise-Enduro-Test 2020, den wir tatsächlich auch im Gelände absolvieren und mit dem Airbird an Orgengelände-Crack dabei haben. Ja, und in dieser Folge geht es um die KTM 97 Adventure R, weil, ein bisschen Gelände auch dabei, müssen wir die Air-Version nehmen. Ob sie tatsächlich so ein richtig leiberndes Gelände-Motorrad ist, ob KTM seinem Ruf gerecht wird, die Geländesparte schon immer richtig gut zu bedienen, das erfahrt ihr gleich. Ready to race! Ja, ich finde bei diesem Motorrad wieder mal dieser Spruch sicher nicht ganz falsch, die 97 Adventure R. Und dieses R macht halt den Unterschied, abgesehen von dem Coderer vorne hoch und ein paar so Sachen. Federwege, 2,40 mm vorne und hinten, 21er Radl, Sitzhöhe 880, spricht für Geländetauglichkeit. Meiner Meinung nach auch tatsächlich gegeben. Es gibt aber drei Dinge, die mich an der 97 Adventure R ein bisschen nicht stören oder ärgern, aber verwundern. Zum einen, dass ich die Stehposition für mich zumindest nicht ganz optimal habe. Ich hänge da ziemlich vorne drüber, der Lenker ist mir zu niedrig. Das wundert mich bei der Air-Version. Ich werde es dann nachher mit dem Herbert Erbert besprechen, ob das für einen Offroad-Crack auch eben nicht so schön ist oder ob der halt wirklich immer die Vorlage will. Schauen wir mal. Das andere ist der Motor an sich ein super quirliger Geselle, der eben von der Performance her schon gut ist. 95 PS bei 8.000 Umdrehungen und das ist für mich auch das Ausschlaggebende, wo eben diese Leistung anliegt, weil der will gedreht werden. Von 8 bis zum Begrenzer bei 10.000 Umdrehungen packt er noch einmal aus, wo du denkst, gut, dass ich dort hingekommen bin. Wenn ich schon früher gestalten hätte, hätte ich dieses Feuerwerk nicht erlebt. Aber er klingt mir persönlich ein bisschen zu blechern, aber das ist jetzt auch wieder eine Geschmackssache. Es sind eben die wenigen Dinge, die mich stören und die Optik, aber die ist natürlich tatsächlich ganz, ganz subjektiv. Mir gefällt sie nicht so gut, aber diesmal, weil das halt eine R-Version fürs Gelände von KTM ist, möchte ich gleich den Herbert mir holen. Hallo Herbert, du weißt eh, um was es geht, oder? Was ist das da? Enduro. Richtig, eine Reise, eine KTM-Reise-Enduro und das ist ja die 97 Adventure R, ne? Genau, richtig, Offroad. Volle Offroad-Rakete, oder für dich irgendwie nicht zu lernen? Oh ja, also das Motorrad selber fährt richtig gut am Offroad, Fahrwerk auch richtig gut am Offroad. Das, was du gesagt hast, ist mir auch aufgefallen. Ich hätte es vorne auch lieber ein bisschen höher. Ah, okay. Ja, das hätte ich dich ja jetzt erst gefragt. Aber bitte, ja. Ich habe da vorgegriffen, weil ich ja schon beim Intro aufmerksam bin. Es ist besser als reingreifen. Genau. Nein, also es ist tatsächlich so, ich würde mir einen höheren Lenker montieren, eine Spur oder den Lenkeraufsatz ein bisschen höher machen zum Offroad-Fahren. Beim Onroad-Fahren hat es mich nicht so gestört, weil ich beim Onroad-Fahren nicht jetzt wirklich so oft in die Versuchung komme zu stehen. Aber beim Offroad ist es tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Wie findest du da die Ergonomie fürs Offroad-Netz von der Sitzhöhe her? Passt das? Ja, also die Sitzhöhe ist eigentlich auch für kleinere Fahrer gut gewählt, weil du mit beiden Füßen schön runterkommst. Der Schwerpunkt vom Motorrad generell auch durch den Tank sehr zum Boden, zum Vorderreifen geht, was auch beim Kurvenfahren sehr hilfreich ist, weil es eine irrsinnig gute Spurführung am Vorderrad hat das Fahrzeug und durch die niedrige Sitzposition ist aber, glaube ich, auch diese Lenkerposition gewählt, weil wenn du jetzt einen kleineren Fahrer hast und du würdest jetzt die Sitzposition niedermachen und die Lenkerposition hoch, dann sitzt der ja quasi so wie auf einem Chopper oben. Und daher, glaube ich, ist es so gewählt und müsste halt der größere Fahrer, so wie es jetzt du bist oder ich beim Offroad-Fahren gerne habe, eben eventuell da dann die Adaptionen machen vom Lenker-Setting her einfach. Also bei mir stimmt es wirklich, weil ich immer, ich sage kurze Haxan und langer Oberkörper, das wirkt sich dann noch mehr aus. Was aber sicher auch für die Offroad-Fähigkeit spricht, ist einfach das niedrige Gewicht. 189 Kilo trocken, 20 Liter Sprit, wie man da zuerst ein bisschen geht, der wiegt ja nicht so viel, das wird ja normalerweise mit 90 Prozent berechnet, sagen wir 15 Kilo dazu, 190 plus 15, sind wir auf knapp 205, unter 210 Kilo. Also sowas merkst du dann aber auch, oder, wenn es leichter ist, weil die Honda mit dem DCT haben wir gehabt, 236 Kilo fahrfertig, die Sutzuki hat gar 247 jedenfalls ganz knapp unter 250 Kilo fahrfertig, fast 40 Kilo und sowas merkst du auch schon. Das merkt man definitiv, also ich glaube, das merkt nicht nur ich, sondern das merkt auch jeder andere Fahrer, weil natürlich jedes Kilo oder jedes Gramm Gewicht schon spürbar ist und natürlich je schwerer das Gelände wird, also je Offroad-lastiger das Gelände wird, bist du über jedes Kilo weniger dankbar, also mehr Masse, wenn es da mal umfällt, auch vom Aufheben, das ist ja auch ein Aspekt, den man gerade beim Offroad-Fahren nicht vergessen darf, klar kannst du beim Straßenfahren auch passieren, Aufheben, die Behäbigkeit, wenn es so in Singletrails reingeht, wie wir da jetzt im Redstack gefahren sind, weil wir die Möglichkeit gehabt haben, da merkst du einfach jedes Kilo und da merkst du auch schon, dass das für das gebaut ist, das kann man ganz klar sagen. Danke Herbert, großartig, dem ist nichts hinzuzufügen, jedenfalls vom Herbert jetzt nicht mehr, aber der liebe Wolf, bitte kommt zu mir, weil der auch ein guter Offroader ist, aber eben auch sehr weite Strecken einfach so auf Motorrädern fährt und da auch diese Reise-Enduro-Tauglichkeit sehr gut bewerten kann. Ist die KTM eine, die du gerne fährst? Absolut, also ich fährst sehr, sehr gerne, ich habe auch das Vergnügen gehabt, die schon in Marokko damals zu fahren bei der Präsentation und da sind wir schon recht geschmackige Sachen auch gefahren, also auch in der Wüste und so und ich war sehr angetan, was damit möglich ist, durch den tiefen Schwerpunkt, durch das wirklich gute Fahrwerk, also du hast ja davor eine WP-Explore-Gabel, voll einstellbar, das ist schon Hard-Enduro-Ware und das merkst du noch. Das ist im Übrigen auch das, was die R-Version ausmacht, du hast mir das zuerst nämlich gesagt, also das weiß ich eh, die langen Federwege oder längeren als bei der normalen Adventure ohne R, dann hat die glaube ich ein 19 Zoll Radl und die das 21 Zoll Radl? Nein, nein, die normale hat auch 21 Zoll vor der Radl, aber sie hat nur 200 mm Federweg vorne und hinten und das Fahrwerk ist nicht einstellbar. Und der Coder ist bei der höher gesetzt? Genau, Codfliegel ist höher gesetzt, du hast halt die einteilige Sitzbank bei der normalen 790 Adventure, hast du eine zweiteilige, die auch bequemer ist, die vielleicht für Langstrecken noch ein bisschen angenehmer ist, also ich bin da relativ schmerzbefreit, also mir macht das auch auf der nicht wirklich was, also den ganzen Tag drauf sitzen, aber von dem her ist vielleicht die normale 790er, die ja Offroad auch gar nicht schlecht ist, auch durch das 21 Zoll Vorderrad und so, also Offroad mehr kann als viele glauben, also zumindest jetzt dann auch mehr als Schotterwege, also richtig kann man schon in ein einfacheres Gelände und so reinfahren, aber die ist dann eben, wenn es dann auch ein bisschen flotter geht und wenn, also die schlagt nicht so früh durch ganz einfach wie die anderen. Also du würdest in jedem Fall einfach die R nehmen, weil selbst wenn es nur hier und da Gelände wäre, ist dann die R so viel Leihwander, dass es auch einfach mehr Spaß macht, oder? Finde ich schon, ja. Gut, danke. Danke Wolf, ich hätte bitte gerne den Daniel, weil der auch ein Offroader ist, sagt er von sich selber, dass er das irgendwann einfach für sich entdeckt hat, dass ihm das mehr taugt, hast du beschlossen, ja, und wie findest die 790 Adventure R? Mir gefällt es sehr gut, also Onroad auf der Straße sitzend fährt sie sich wie eine KTM halt, von unten ein bisschen ruppiger, also sie möchte natürlich gedreht werden. Ich bin mit dem Team noch nie gefahren und war extrem überrascht, wie ich das erste Mal gestanden bin, also da auf diesen Schotterwegen herumgefahren bin. Das fühlt sich für mich jetzt wirklich sehr leicht an, also quasi wie ein übermotorisiertes Fahrrad, weil eben aufgrund dieses tiefen Schwerpunkts von dem Tank, von dieser Konstruktion, lässt sich das wirklich super leicht mit den Fußrasten durch die Kurven bewegen. Hat mir wirklich gut gefallen, diese ganzen Assistenzsysteme sind natürlich auch extrem hilfreich. Ja, also hilfreich Onroad, nein, weil Offroad schaltet einer wie du einfach hier alles ab. Naja, Offroad-APS dann nicht, wenn ich eins hab. Ah, okay, also das… Also ist jetzt nicht schlecht. Also Offroad-APS bin ich schon dafür, so… Man kann es ja eben alles einstellen. Wie hast du dann mit der Einstellerei? Ich habe nichts gemacht, weil ich mich nicht daraus kenne. Also ich habe das einfach so lassen, wie du es mit der Hand drückt hast und bin halt dann gefahren und nicht zu Sturz gekommen, was natürlich von Vorteil ist. René? Ja, wirklich, das ist auch ein Beweis dafür, dass ein Motorrad sehr handlich und angenehm ist, weil Bladeplunzen fällt da dann schon eher einmal um. Aber mit der hatten wir alle keine Probleme. Und wegen der Einstellerei, ich finde bei KTM ist es sehr intuitiv. Du hast die vier Knopfe, mit denen du alles machen kannst, gehst du ins Menü rein, machst das. Sie kann, sag ich einmal, normal viel. Die Honda Africa Twin kann definitiv mehr. Aber vielleicht für manche sogar schon zu viel. Würdest du… Bist du die normale 790er Adventure gefahren schon eigentlich oder nur die R jetzt? Nur die R jetzt, ja. Also die andere nicht, nein. Aber einer wie du würde so und so die R nehmen. Danke, lieber Daniel, von die Verwegenen. Ich habe nur mehr einen offen. Jetzt rennen wir mal. Der liebe Bocki ist auch mit uns hier geoffroadet. Und ja, ich sage es halt wieder. Ähnlicher Nasenbohrer wie ich. Du warst noch nicht so oft Offroaden. Ist aber, glaube ich, für euch auch interessant, wie einer sich mit einer 790 Adventure R tut, wenn er dann einmal Offroad fährt. Du, absolut. Also die KTM finde ich für mich On und Offroad das zugänglichste Motorrad in dem Fünfervergleich, den wir da gemacht haben die letzten zwei Tage. Was ich sagen wollte noch, der Tank unten, optisch bin ich kein Fan, aber vor allem On-Road, das will richtig in die Kurve rein. Der tiefe Schwerpunkt, das passt wirklich gut. Und auch dieser Dunlop Trailmax Mission, der da montiert ist, den Dunlop als 50-50er Reifen angibt, der hat auf der Straße super funktioniert. Also war ich wahrscheinlich in der Kurve in dem Fünfer im Quintett am flottesten unterwegs. Schaust du noch, ob beide Reifen da sind? Ich habe mir jetzt das Profil einmal angeschaut, es schaut arg aus, es schaut hart aus, aber tatsächlich auf der Straße gar keine Probleme. Und auch im Gelände da im Schotter hat es super funktioniert. Wie gesagt, man kann ja alles abschalten und so weiter. Ich habe mich da auch ein bisschen durchgeklickt und wir haben halt den Vorteil, wir kennen viele KTM-Modelle, fahren viele KTM-Modelle und ist bei jedem gleich aufgebaut. Und deswegen tun wir uns leicht und finden es intuitiv vielleicht einer, der jetzt sozusagen in den zwei Tagen alle fünf durch hat, findet es jetzt da nicht einfacher. Aber stimmt schon, grundsätzlich findet man sich gleich zurecht. Also ich finde die handlichste Maschine im Fünfervergleich und mehr Enduro als Reisenduro, weil eben Sitzbank relativ hart ist, weil auf längeren Etappen unangenehm der Windschutz oben ist quasi nicht existent, wenn man ein bisschen größer hat. Aber das will es eben auch sein. Deswegen das Air-Modell für die Richtung Enduro reagieren und Schotter. Und die normale 790 hat auch ein bisschen höheres Windschild, beziehungsweise kann man im Zubehör sicher noch nachrüsten. Genau. Und so das ganze Package eben von der Elektronik her, state of the art. Also es ist alles, was du brauchst. Es ist halt das Display. Meiner Meinung nach gibt es schon größere. Ist aber gut ablesbar. Passt eigentlich. Für mich ist ganz persönlich jetzt wirklich die Optik nicht. Ich weiß nicht, warum. Mir gefällt es nicht so gut. Aber KTM macht ja eigentlich fast bei jedem neuen Jahrgang, auf alle Fälle bei den Crossern und Hard Enduros neue Pickern drauf. Vielleicht gibt es sicher bei den Power Parts auch andere Pickern und dann so und so orangene, was weiß ich, da der Flüssigkeitsbehälter mit einem orangenen Deckel. Also mit den Power Parts könnt ihr es euch dann eh mörderisch aufrüsten, wenn ihr wollt. Ja, das war es eigentlich. Danke euch vielmals, auch dir Fich, fürs Zuhören und Zuschauen und abonniert unseren Kanal. Schaut bitte auch die anderen Videos unseres Reise Enduro Tests 2020, die wir hier im Red Stack und auf der Straße gedreht haben. Wir hatten mit dabei die Tenere 700 von Yamaha, die Suzuki V-Strom 1050 XT, die Triumph Tiger 900 Rally Pro und die Honda CAF 1100L. bei Africa Twin, die ich eh schon angesprochen habe. Ja, danke Pocky, dass ich dabei sein darf. Jetzt ist es auch wieder sonnig, jetzt geben wir weiter Gas, oder? So ist es. Adios Muchachos. Ciao.